ein kleiner prinz im großen hollywood mario max prinz zu schaumburg lippe erobert los angeles wir haben ihn exklusiv besucht hey willkommen in hollywood schön dass ihr hier bei mir seid ich zeige euch mal was ich hier den ganzen tag so mache jetzt geht es gleich los mit dem set der monika bier da treffen wir einen richtigen star und zwar ryan cross meinen kumpel der mitgespielt bei hits the day doctor kommt mit parties mit paris hilton selfies mit den superstars ja gibt's das mario max der einstige big brother prinz scheint tatsächlich angekommen zu sein bei den schönen und reichen hollywoods und einer von denen das ist eben sein neuer aller allerbester hollywood buddy ryan cross den kennen ja alle aus hits der date doctor richtig den kennen wir alle aus hits der date doctor und wie es sich für einen echten superstar gehört lässt der unseren prinzen in santa monika gleich mal die schöne aussicht genießen sprich warten zeit um das erste geheimnis zu lüften max was machst du hier eigentlich in la ich habe in den letzten jahren sehr viel mit medien gearbeitet und mit dem fernsehen und da hat sich ein richtiger lebenstraum herauskristallisiert nämlich in schauspiel zu gehen und schauspiel zu erlernen da kommt einer wie ryan cross gerade recht denn der ist nicht nur selbst schauspieler sondern auch produzent und da fährt er vor im cabrio was hält er so von max seine stärke ist seine lässigkeit er ist sehr intelligent ich glaube er kann es in hollywood mitbringen die menschen fühlen sich gut in seiner nähe und wenn prinz mario in den raum kommt dann drehen alle den kopf nach ihm um na wenn das nicht echte männerfreundschaft ist kennengelernt haben sich die beiden übrigens bei einer radioshow von dr estella sneider und die ist immerhin die schwiegermutter von der tante von paris hilton ja genau die schwiegermutter der tante von paris hilton und da ist sie auch schon ja auch sie ist jetzt eine von prinz marios neuen hollywood freundinnen und wie sieht sie die karriere chancen des austria prinzen machst du scherze natürlich glaube ich an ihn er ist perfekt für hollywood ein echter prinz er wird hier ganz groß rauskommen wenn das keine ansage ist obendrauf gibt es dann gleich noch eine ganz besondere überraschung für prinz mexien denn kaum in hollywood angekommen bekommt er auch schon sein erstes rollenangebot oder wie war das genau neben mir steht ryan cross ganz ein großer star der in hitch the day doctor gespielt ja ja das wissen wir ja schon dann hat mich der gute ryan gefragt ob ich in seinem film mitspielen würde und ich habe jetzt eine rolle als co-star in seinem movie und bin total begeistert was es mit dem filmangebot genau auf sich hat und wie sich mario max mit intensiven schauspieltraining auf seine erste hollywood rolle vorbereitet das sehen sie nächste woche bei high society schönen abend